Und die Eva Jakob von den Jakobssisters und naja, man muss halt ein bisschen Stimmung in der Bude haben und deswegen brauchen wir ein paar Stars. Genau, die war auf jeden Fall da, also die Stimmung war richtig Bombe, hat mir gut gefallen. Als es so hoch zu bewerten ist, da war vor diesem Pferd ein Pferd, das weggebrochen ist. Aber es ist auch schön, dass wir sollen da zu arbeiten. Und das Schöne ist, jede Dame kann so aussehen, wie du es tun willst. Es ist ganz einfach. Sie bestellen sich dieses Kites in Ihrer Wahl. Sie können nach der Show einfach mit uns kommen und wenn Sie mögen schon direkt Ihren Einkauf tätigen, wenn wir sie so schlau haben, ein mobiles PC-Gerät dabei. Ich hoffe, die Männer die Familie verhalten. Es braucht keine Saison. Es ist jederzeit aktuell. Dazu die wunderbare Hüte von Anna C. Metz. Ja, Harry, wir stehen jetzt hier unten und neben mir steht Cindy Morawetz, ist Designerin und hat eine wunderschöne Kollektion hier gerade schon präsentiert. Frau Morawetz, können Sie mal kurz erklären, was ist denn das Besondere an Ihrer Kollektion? Das Besondere an der Kollektion ist, denke ich mal, schon optisch erkennbar. Es ist nicht alles nur schwarz. Es sind halt wunderschöne Farben. Das ist ein eigens kreierter Stoff. Der ist halt sehr stretchig und luftig und bequem, oder Mädels? Ich meine, ihr müsst es auch sagen, genau. Kaschiert auch so ein paar Gramm. Sonst sind halt Schößchen angearbeitet, die auch, sage ich mal, bis Größe 44, 46 passen. Ja, das ist das Hauptsächliche, dass der Sitz sehr gut ist und dass das Material trotzdem sehr pflegeleicht ist. Und jetzt sind wir hier auf der Rennbahn. Und jetzt sind wir hier auf der Rennbahn. Und jetzt sind wir hier auf der Rennbahn. Und jetzt sind wir hier auf der Rennbahn.